Das war Gates. Ach so, das war Gates, Alter. Ich bin ja komplett verkehrt. Alter, ich war ja komplett verkehrt. Gates hat heute das Meister gewonnen. Ja, hast recht. Stimmt, das war Gates. Oh, welchen hast du gemacht? Du kommst genau richtig hier. Freispiele bei Odin, hoffentlich. Wenn dir noch ein Skater gönnt, komm schon Odin. Bleib doch stehen, dann rutscht er noch durch der dritte. Bleib jetzt stehen. Ah, wieder durchgerutscht. Sag mal, auch die Kassmull durchgezogen mit zwei Brunnen zwischendrin. Am liebsten wären wir natürlich noch ein Skater. Komm schon, gönnt doch die Freispiele. Odin, mach keinen Scheiß. Noch ein Brunnen dazu, Re-Spin ins Gesicht hat. Aber Skater wären wir am liebsten, komm schon. Je früher, desto besser. Ach Gott, da rutschen sie alle durch. Das ist mein Herz. Re-Spin, Skater bitte, Skater. Na komm schon. Bleib stehen! Ja! Geil! Alter! Der Ring. Geil, Mann. Geil, Mann. Der soll jetzt mal scheppern, Alter. Geil. 220 Tage mitgenommen und ab in die Zerfreispiele hier beim Odin. Diese Fischbüfer-Krankmatik. Super! Super! Das hab ich nachher. Ja, Odin hat auch 1100 bezahlt heute. Ehrlich? Gell, da war noch irgendwas. Oh, gleich der Multi-Hoch der auf X4. Schö, gleich ein zweites Spin. So müssen wir das das mal nicht. Oh, schon mal. Uh, nochmal der Multi-Hoch auf X6. Sag mal! Gertrud! Bläh! Oh, schade! 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 Es wird ordentlich gescheppert. 130 Tage nehmen wir nochmal mit hier. Weiter geht's. Nächster Spin, neuer Orlauf. Gönne. Aha, Halsband. Jacques de Pardin. Weiter geht's. Ah, komm schon, Mensch. Keine Connections, nächster Spin. Hauptschön, Odin. Du stehst gut. Du stehst gut. Du stehst gut. Du kannst grad stehen bleiben. Erster Skitter einmal. Zweiter Skitter ist auch da. Oh, schöne Verlängerung vielleicht. Gönne. Ah. Respin. Komm. Ah, schade, Mensch. Nochmal 68 Tage drauf. Ich liebe Odin. Odin mich anscheinend nicht. Hey. Sarina, ich wär das. Seit zwei Tagen geht es leider nicht anders. Also, 500 Tage haben wir ihn mitgenommen auf dem 3er Einsatz. Absolut in Ordnung. Kannst nicht glauben, gell? Bis zum nächsten Mal, ich bin mir drin. Also, ich bin schade. Ich werde mir das. Und das kann sie nicht gerade sehen sein.